Hallo Leute, wir zocken heute Jokers Cap auf 2 Euro. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen werden. Vergesst auf jeden Fall nicht bitte, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Bitte macht weiter so. Das hilft auf jeden Fall sehr weiter mit dem Algorithmus. Und ja, ansonsten gucken wir einfach mal, wie es hier läuft bei Jokers Cap. Es ist nicht eins meiner Lieblingsspiele, muss ich sagen, aber ab und zu spiele ich das mal ganz gerne. Deswegen, ich bin einfach mal gespannt, wie es läuft, wann das erste Mal die Mütze kommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da haben wir doch endlich die Mütze. Aber der Adler ist natürlich echt nicht toll. Hätte er nur das Pferd mal gemacht, das wäre richtig gut gewesen. Schade. Also, wir haben die Mütze. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 bei Jokers Cap, bis endlich wieder die Mütze kommt, einem so ewig vorkommt. Irgendwie dauert das manchmal echt lange. Ich bin zu verwöhnt von anderen Spielen teilweise. Ich bin zu verwöhnt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020